Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 22.400 Kilometer direkt über eurem beklagten europäischen Kopf. Wir klauen aus dem ganzen weltweiten Fernsehprogramm. Rein willkürlich und persönlich. Wir klauen von Nord und Süd, von Ost und West. Hier oben gibt es nicht nur tote Killersatelliten. Hier oben gibt es auch uns, den heißesten Schrott im Universum. Für jeden unangemeldeten Privatbesucher, der mit dem Fahrrad oder Ähnlichem hier oben ankommt, halten wir einen Preis im Gegenwert von drei Stück Bubblegabbar an. Das Codewort heute ist Hippachi Frasomen. Ich wiederhole Parchisi Nasomen. Ich wiederhole noch einmal Chazisi Prasomen. Dies ist ein Geheimwort nur für unsere Zuschauer. Sollte einer von euch Kids es wagen, dieses Wort einem öffentlich-rechtlichen Organ in Form von Polizisten, Busschaffnern, Zeitungsreportern, Tierärzten, Schulhausmeistern oder Festangestellten von ARD oder ZDF zu verraten, werden unaussprechliche Qualen vorbereitet, die wir dann live übertragen werden. Solaris, wir leben von der Werbung. Ich liebe Werbung.